Eine junge Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern spielt nach Jahren der kleineren Locations endlich bei den großen deutschen Festivals wie Rock am Ring, Hurricane oder Southside. Irgendwann rufen dann auch noch die toten Hosen an und wollen die junge Band als Vorgruppe bei ihrer Tournee haben. Man könnte sagen, feine Sahne-Fischfilet haben es geschafft. Und das als Punkband, die mehrfach im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern stand. Bei so viel Mainstream-Erfolg kommt natürlich schnell der Vorwurf, Verrat der ideale Ausverkauf. Wir haben zwei der Jungs von Feine Sahne-Fischfilet gleich hier im Studio. Mal gucken, wie die das mit dem Ausverkauf so sehen. Verbietet sie, hört wir euch schreien. Euch fallen nur dicken Witze ein. Wenn wir sehen, dass wir kotzen, geht es uns gut. Und fahren Leute hinterher, dass zum Glauben fällt uns schwer. Das hier ist unsere Zeit. Alles auf Rausch, wann hört dieser Warten auf? Alles auf Rausch, unterschätzt uns, lacht uns aus. Alles auf Rausch, vor der Bühne Butterraum. Alles auf Rausch, mehr im Bus als zu Hause. Ja, und jetzt sind Sie hier. Monschi und Christoph von Feine Sahne-Fischfilet. Herzlich willkommen. Moin, moin. Das war ein kleiner Einblick in euer Zurleben. Man könnte sagen, gestern standet ihr noch im Verfassungsschutzbericht. Heute seit dem Tagesschau-Studio. Müssen wir uns Gedanken machen oder ihr? Wie uns beide wohl, wie cool wir alle geworden sind hier. Ich glaube, für uns ist das völlig absurd. Wir haben eben gerade gesagt, wir gucken auch öfters Tagesschau und so, um dann jetzt hier zu stehen. Aber alles so erleben zu dürfen, was wir so haben dürfen, so wie bei Alles auf Rausch in diesem Lied. Ja, wann hört dieser Wahnsinn auf? Das trifft es eigentlich ganz gut. Weil wir haben ja nie irgendwie gesagt, Mensch, wir wollen mal auf großen Festivals spielen oder so, sondern wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Und dann ist das gerade alles passiert. Und es ist einfach nur der Oberknaller, so ein Album raushauen zu dürfen, irgendwann auf Tour zu gehen und dass so viele Leute zu einem kommen. Das ist alles auf Rausch. Es ist einfach, es ist unglaublich. Und das sind dann so absurden Sachen wie die Geschichte mit dem Verfassungsschutz. Aber dass man heute bei der Tagesschau steht, reiht sich da einfach in so Sachen ein, wo man denkt immer, okay, man ist manchmal in so einem falschen Film. Du hast es erwähnt, ihr habt auf den großen Festivals in Deutschland gespielt. Habt ihr, oder wie groß ist die Angst davor, zu stark im Mainstream zu landen und da nicht mehr rauszukommen als Punks im besten Sinne? Also da haben wir eigentlich keine Angst vor, weil es ist schon immer bei uns so gewesen, dass wir sagen, große Bühnen sind toll, weil wir erstens können wir dort eine politische Message mit ganz vielen Leuten teilen und wir können halt unsere Musik mit ganz vielen Leuten teilen. Das ist halt was total Tolles. Und das wollen wir halt auch machen. Wir wollen aber dennoch auch in kleinen Clubs spielen oder in kleinen Jugendzentren und die Leute dort unterstützen. Das heißt, es ist bei uns immer eine Mischung, die wir erhalten wollen. Kleine Konzerte und große Konzerte. Das finde ich total wundervoll. Es gibt nichts, was wir jetzt sagen, das ist jetzt besser, das ist schlechter, sondern es ist beides toll und beides wollen wir zusammen mit den Leuten erleben. Ich glaube, wenn wir im Sommer, weißt du, wir haben Ende August, haben wir auf einem Haifil-Festival vor 15.000 Leuten gespielt. Da standen meine Eltern auf der Bühne mit einem Bengalo in der Hand und mein Vater mit einem Mikro, der hat es nicht mehr aus der Hand gegeben. Mein kleiner Bruder hat gestaged, vor 20.000 Leuten, das ist unglaublich. Aber dann zwei Wochen später in Burg, in Sachsen-Anhalt, in der Provinz ein Konzert zu spielen beim gemeinsamen gegen Nazis Konzert, das ist genauso geil. Man kann das gar nicht gegeneinander irgendwie ausspielen und diese Ambivalenz finden wir geil und wir haben keine Angst vor Erfolg oder so, sondern wir finden das unglaublich schön, dass wir das gerade so erleben dürfen und jede halbwegs coolen Band, die nicht nur aus Arschlöchern besteht, wünsche ich das. In euren Songs. Durfte ich Arschlöcher sagen? Na klar, wir sind nicht hier aus A, man darf ja alles sagen. Hier, eure Songs, die handeln hauptsächlich von Freundschaft, Liebe, aber auch von zu Hause und was auch immer wieder durchkommt, Saufen, Kampf und Überleben, durchstehen, durchhalten. Wollt ihr nicht mal mit etwas Neuem überraschen? Weil das höre ich von euch seit 5, 6, 7 Jahren. Schuss, der bleibt bei deinen Leisten. Ich glaube, das sind Thematiken, die uns immer wieder neu beschäftigen und uns neue Inhalte auch geben und deswegen sind das ja auch immer wieder neue Geschichten. Das sind ja alle Sachen auf dem Album Stumm und Dreck, was jetzt ja rausgekommen ist, sind halt alles Sachen, die wir selber erlebt haben, auch die politischen und die persönlichen, das ist bei uns nicht voneinander zu trennen und das gibt es immer wieder neue Geschichten. Deswegen sind das Themenschwerpunkte, die wir uns setzen, weil wir das halt leben und dann gibt es neue Geschichten, die dazu entstehen und das kommt dann auf den Alben halt immer zum Vorschein. Deswegen finde ich das eigentlich, ich persönlich eigentlich gar nicht so unabwechslungsreich, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich relativ vielfältig in der Hinsicht. Ich auch, aber es ist ja auch so wirklich, ich habe keinen Bock, nur über immer die gleichen Themen zu singen. Ich empfinde es schon sehr anders. Wir haben ein Lied wie Niemand wie ihr, was ich für meine Eltern geschrieben habe oder ein Lied wie Suritsch, was über einen Selbstmordattentat geht, wo ich vor Ort war und was den Leuten Respekt zahlen sollen, die sich dort die MES in den Weg stellen. Das sind halt alles Geschichten, die wir dann selber erleben und dann halt auch da verarbeiten und die dann halt sehr krass sind. Also darüber auch am Samstag auf dem Deichbrandfestival zu spielen und zwei Tage später zwischen 31 Leichen zu stehen und wieder vier Tage später abzuhauen. Weil ich hier, bin ich auf Gold gebettet. Aber die Leute bleiben dort unten und stellen sich gegen die IS. Und mit solchen Liedern versuchen wir dann schon Akzente zu setzen, die vielleicht auch mal anders sind oder andere Geschichten erzählen. Aber selbstverständlich, wir verändern uns ja nicht dahingehend, sondern wir leben gerne, wir saufen auch mal gerne, wir sind gerne mal asozial, aber genauso lese ich auch gerne mal ein Buch und hänge mal gerne rum und liege an der Ostsee, wie bei diesem Liebtyp, wo niemals Ebbe ist. Und es gibt für mich nichts Schöneres. Ich wohne zehn Minuten vor der Ostsee, mehr geht einfach nicht. Da gibt mir das Herz auf. Dazu passt auch gut der Song Zurück in unserer Stadt. Da haben wir jetzt mal einen kleinen Eindruck. Wir sind zurück in unserer Stadt und scheißen vor eure Burschenschaft. Wir sind zurück in unserer Stadt und scheißen vor eure Burschenschaft. Wir sind zurück in unserer Stadt und scheißen vor eure Burschenschaft. Es geht los, es geht los heute Nacht. Es wird nicht gerade verschämt, was die Koketterie mit Zerstörung betrifft. Man hört auch auf euren Konzerten dich gerne mal sagen, ja, wir empfinden viel Hass. Und in einem eurer neuen Songs heißt es, wir haben Bock auf Stress und eine Menge Hass. Inwiefern kann Hass denn zu konstruktiven Problemlösungen beitragen? Ich glaube, in so Liedern drückst du einfach Emotionen aus. Ich glaube, praktisch gesehen reißen wir einfach so viele Sachen und versuchen uns nicht irgendwie auf die ganzen Arschlöcher, die es in der Gesellschaft gibt, zu konzentrieren, sondern auf die coolen Leute. Und deswegen machen wir so eine Sachen wie noch nicht komplett im Arsch. Deswegen, wo wir in die Kleinstädte, in die Dörfer gefahren sind und dort Aktionen gerissen haben vor der letzten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen spielen wir, haben wir unsere Release-Party oder spielen wir unsere Release-Party in Lölz und gehen nicht in irgendeine Großstadt, sondern reißen dort was, wo sonst nicht irgendwas ist. Und versuchen da schon, der dann sehr konstruktiv zu sein. Ich glaube, da sind wir, sagen, Taten mehr als Worte. Und ich glaube, da bin ich stolz drauf, dass wir, da auch sehr gut und viel handeln und nicht nur irgendwie rumlabern oder irgendwie im Harten im Internet schieben. Aber Hass ist auch, glaube ich, ein Gefühl, was man einfach haben kann bei den jetzigen Zuständen. Wenn zigtausende Leute wieder dazu aufrufen, Menschen anzuzöhnen beziehungsweise vor Häuser entstehen, Flüchtlingsheime brennen, wenn Pakte mit Diktatoren wie Erdogan geschlossen werden, dann sind das Sachen, wo ich denke, da kann man sehr viel Wut empfinden und da ist es auch wichtig, nicht total abgestumpft zu sein. Das finde ich manchmal eher viel erschreckender, wie sehr man selber auch, das ist auch eine Selbstgetriege, wenn ich Tagesschau gucke oder so, dann selbst so weg, weil, fuck, das ist zu viel, das geht nicht mehr. Aber trotzdem versuchen, damit auseinanderzusetzen, was geht hier ab, was passiert hier, wie sehr wird nach unten getreten und wie sehr wird wieder gegen Leute gehetzt. Das ist, glaube ich, ein Ding, wo ich es schön finde, dass ich noch wütend sein kann und noch nicht abgestumpft bin. Und es gehört auch zu, und auch zu unserer Attitüde einfach dazu. Wir sind eine Punkband, nicht, wir sind auch noch relativ jung und da ist es auch wichtig, einfach auch Wut, gerade in Liedern, auch mal einen freien Lauf zu lassen, um auch zu polarisieren. Und es ist aber auch klar, dass wir eine pluralistische Gesellschaft wollen, deswegen setzen wir uns für Rechte von Geflüchteten ein, deswegen machen wir sowas wie die Kampagne, Zusammenhalt gegen den Rechtsdruck. Aber es ist auch wichtig, in solchen Liedern einfach auch mal Klarkante zu zeigen, wenn einen Sachen missfallen und soziale Missstände einen nerven. Dann ist es wichtig, das so für uns zu äußern. Das ist unsere Attitüde und deswegen auch der Style unserer Musik. Wir haben Punkrock. Eure Konzerte auf der letzten Tournee waren fast alle restlos ausverkauft. Auch jetzt zeichnet sich wieder ab, dass viele Konzerte ausverkauft sein werden. Man könnte sagen, Punk ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auch politische Haltung zu zeigen. Ihr habt euren Job erledigt, ihr könnt eigentlich in Rente gehen, oder? Ja, keine Ahnung. Das macht ja auch einfach mega Spaß. So Punk ist mir auch wirklich einfach total Latte. So diese Schubladen sind mir einfach wirklich egal. Ich höre auch Techno, ich höre Elektro, Hip-Hop etc. Wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Und da ist wirklich so diese Schublade Punk. Ja, einfach wirklich völlig, das ist für mich nichts wert. Ja, ich versuche, lebe auch in keiner Blase, ich halte nichts davon, sich in irgendwelchen Blasen nur aufzuhalten, sondern versuche mit vielen Menschen was zu reißen, egal wo die herkommen, egal welche Musik die hören, egal was sie machen. und ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun für Zustände, die man besser findet. Und es ist aber auch einfach der Oberknaller, man braucht auch nicht nur rumlabern, es ist der Oberknaller, vor zigtausend Leuten live zu spielen, zu wissen, ey, jetzt gehst du ab 1. Februar auf Tour, zu wissen, in Rostock machst du dein großes Tourfinale, da kommen alle, deine Freunde, Familie. Das ist der Knaller, da geht es dann auch nicht nur um Politik, sondern auch einfach um Emotionen und wo du denkst, das ist unglaublich und da erlebe ich einfach einen Traum, den ich niemals hatte. Ich kann keine Noten, ich kann keine Gitarre, nichts sagen gehen, aber was ich kann, ist mein Herz reinschmeißen. Und solange ich das noch hinbekomme und wir sechs das hinkriegen, solange werden wir damit auch nicht aufhören. Ihr steht ja seit 2015 nicht mehr im Verfassungsschutzbericht des Landes Wecklenburg-Vorpommern. Ist das Genugtuung oder eine Niederlage für euch? Ich glaube, das ist wirklich ein ganz klares Ding. Für uns war das absurd, dass wir da drin standen, dieser Verfassungsschutz, eine Behörde, eine staatliche Behörde, die den NSU aufgebaut hat, mit aufgebaut hat, die Vertuschung immer weiter vorantreibt bei der Aufklärung, Akten schreddert etc. Das ist eine Behörde, die muss uns nicht mögen und das ist vielleicht auch ein Kompliment, wenn einen Leute manchmal Scheiße finden. Und ich meine, dieser Verfassungsschutz hat damals über uns mehr geschrieben als über alle Nazi-Bands der Mitglied-Vorpommern zusammen. Der hat über uns mehr geschrieben als über den NSU. Und der NSU hat in Rostock gemordet, der hat in Straßenbanküberfälle begangen, der hat dort agiert. Und ich schreibe übrigens mehr als über dieses Neonazi-Netzwerk. Das ist eine Zustandsbeschreibung und da finden wir es nicht so schlimm, wenn uns solche staatliche Behörde eher skeptisch gegenübersteht. Das nehmen wir Volli und dann bringen wir den Verfassungsschutz in Präsentkorb und sagen, danke für die Promo, das nehmen wir gerne mit und konzentrieren uns dann aber auf unsere Sachen, die wir gerne reißen. Und ich glaube, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir manchmal auch Idioten sind, aber wir versuchen auch geile Sachen zu reißen, so wie sie noch nicht komplett im Arsch haben oder wie ein geiles Album raushauen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit, ein letztes Wort an eure Fans oder auch Menschen generell zu richten, Leute, die euch nicht mögen. Also ich kann sagen, Alter, Arsch hoch, die ganzen geilen Leute, das ist das, was wir mit diesem Album Sturm und... Das ist zu lang, ne? So, soll das kurz so bündig? Okay, pass auf, unser Album Sturm und Dreck soll all den Leuten Kraft geben, die geil sind, die sie noch nicht diesem Rechtshock hingeben. Wir sehen uns auf der Straße, wir wünschen euch so viel Spaß bei all den Nachrichten zu den Sondierungsgesprächen, aber das war hier heute das Wichtigste, was stattgefunden hat. Fakt, Sturm und Dreck, wir sehen uns auf der Straße. Wuhu!